Okay, wir sind in den Augen dran, wir sind in den Augen dran, wir sind in den Augen dran, Entschuldigung. Du wolltest doch die Komplettversion. Achso, ne, jetzt nehm ich doch die andere. Was für ne Diva? Ja, nein, super leid. Achso, was findest du mit deinen Workouts da heute? Hm, das ganze Workout, das ich kurz war. Da kommt das Feeling. Den mir selten so hin. Dämlich ist vorgekommen. Das ist sowas wie ich so probolisch. Können wir das wählen? Da war wohl Schluss. Da bin ich auf mein Handy gekommen, ich lese jetzt. Und Schiebung. Das ist aber normal. Das müssen wir noch mal machen. Ich denke doch, was an die Leute für Kühlschränke. Jetzt hast du eins gesagt. Was soll ich eigentlich sagen? Was soll ich sagen? Hatsch. Es ist zwischendurch einfach mal eine Grimasse im so... Das ist so. Ja. Go. Oh. Oh. Oh my God. Gott. Und los. Aua. Okay, nochmal. nochmal. Okay. Mal. Ich hab's trotzdem verbrochen. Es geht schon. Und? Eins, zwei, drei. Play. Oder? Nee. Das ist sicher ein bisschen... Ja. 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 All together now.